Ich grüße euch Freunde und schön, dass ihr zu einem weiteren Diablo 4 Video eingeschaltet habt. Im heutigen Video widmen wir uns wieder mal den Druiden und ich habe jetzt Level 50 geknackt, schon etwas länger und ich muss wirklich sagen, der Druide haut jetzt richtig, richtig rein. Ich habe mal schon mal ein Video gemacht, ja, zu einem Level-Bild des Druiden, der bei euch unter anderem sehr gut ankam und ich habe diesen Bild auch knapp so bis Level 35 ungefähr gespielt und dann habe ich gechanged. Und diesen Level-Bild pinne ich euch jetzt einmal oben rechts in die Infobox, den könnt ihr euch aber ganz gerne mal anschauen. Aber es geht jetzt erstmal um den 50-Plus-Bild des Druiden. Und wie ich schon erwähnt habe, diesem Bild könnt ihr auch schon etwas erspielen. Für diesen Bild, den ich euch jetzt gleich zeige, passen die Aspekte so gut wie noch gar nicht, ja. Also es ist sehr viel Luft noch nach oben, aber ich möchte euch ganz gerne zeigen, dass ihr selbst mit unpassenden Aspekten eigentlich schon gut rocken könnt. Und deswegen nenne ich ihn auch 1.0. Und selbstverständlich wird es auch ein Update demnächst geben, sobald ich was Passendes für euch am Start habe. Wenn du also da ja ein Druiden-Spieler bist, dann bleib doch direkt mit einem Follow da und solltest du eventuell Interesse noch an anderen Builds haben, dann selbstverständlich auch, weil von Season zu Season werde ich dann dementsprechend verschiedene Klassen ausprobieren. Also ich würde erstmal sagen, genug geschnackt, lehnt euch zurück und viel Spaß mit dem Video. Und da sind wir jetzt auch im Spielgeschehen und wir fangen direkt mit dem Fertigkeitenbaum an und ich zeige euch, wie ich ungefähr geskillt habe, worauf ich geachtet habe etc. pp. Und zwar erstmal hier überall einen Punkt reingemacht. Ja, ihr seht jetzt hier eine 2, aber die 2 habe ich irgendwann später gemacht, da ich halt ein bisschen mehr schaden wollte. Naja, machen wir hier erstmal einen Punkt rein, hier einen Punkt, dann auch hier einen Punkt, weil das ist dann dementsprechend unsere Basisfertigkeit, Sturm und Naturmagie. So, dann gehen wir jetzt hier direkt runter und hier habe ich dann den Tornado dann direkt hoch gemacht. Tornado ist auf jeden Fall richtig nice, den aktivierst du und er macht sein Ding. Klar, Gewittersturm ist auch nicht verkehrt, aber da müsst ihr immer extra und extra wieder drücken und ich finde allerdings den Tornado um einiges wichtiger, denn wir lesen uns das Ganze mal durch. Hier beschwören wir erstmal ganz normalen Tornado und jedes Mal, wenn ihr Tornado wirkt, besteht eine Chance von 20% einen zusätzlichen Tornado zu erschaffen und Gegner, die durch Tornado Schaden erleiden, werden verlangsamt und das bis zu 40%. Und diese Verlangsamung finde ich persönlich schon richtig nice und dementsprechend auch ein kleiner Vorteil im Spiel und damit spiele ich die ganze Zeit und komme damit eigentlich recht gut klar. Dann gehen wir zum Puppelresieren. Hier dann jeweils einen Punkt reinmachen, damit ihr die Fähigkeit erstmal habt, ja. Aber zum Schluss solltet ihr auf jeden Fall 5 Punkte mit rein haben. Dann hier auf jeden Fall, und zwar eure kritische Trefferschance erhöht sich bei Gegnern in der Nähe um 6%. Die Chance, die brauchen wir auf jeden Fall, um ordentlich was rauszuhauen. Dann bei den Eisenpelz, dann habe ich auf jeden Fall 3 Punkte reingemacht. In Werbeergestalt erhaltet ihr 9% Schadensreduktion. Dieser Bonus hält 3 Sekunden lang an, nachdem ihr die Werbeergestalt verlassen habt. Und zwar pulverisieren ist halt eine Werbeerfähigkeit und dementsprechend triggert dann der Eisenpelz. So, was auch ganz wichtig ist, irdenes Bollwerk. Also wirklich, das Ding ist einfach nur göttlich und absorbiert dann den kompletten Schaden und ist halt sehr, sehr wichtig. Den solltet ihr auf jeden Fall dann mit reinpacken. Hier habe ich dann jeweils immer 3 Punkte dann reingemacht, damit das dann ordentlich triggert. Der letzte zum Beispiel, hier steht es ja unter anderem, der Einsatz von Innes Bollwerk verleiht euch 18% Basisleben als nochmal Stehlung, was schon nicht schlecht ist. Dann habe ich hier 3 Punkte reingemacht, das erhöht unsere nicht physischen Widerstände dann um 15%. Dann gehen wir hier runter und siehe da, hier ist gar nichts, total leer, brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir jetzt hier runter. Und das finde ich schon richtig, richtig cool. Fangen wir erstmal hier an. Der Hurricane ist das One Plus Ultra für diesen Bild und ich finde den so enorm stark und auch gut. Und zwar bildet ein Hurricane um euch herum, der Gegner in der Nähe im Verlauf von 8 Sekunden Schaden zu fügt. Ist ja alles schön und gut, ja, aber die Modifikationen des Hurricanes finde ich richtig nice. Gegner, die durch Hurricane Schaden erleiden, werden 2 Sekunden lang um 25% verlangsamt. Und jetzt kommt es, von Hurricane betroffenen Gegnern verursachen 20% weniger Schaden. Und das ist wirklich richtig nice und deswegen finde ich persönlich den Hurricane richtig stark und sollte dementsprechend dann auch mit in diesem Bild mit drin sein. Denn in Weltstufe 3 kommen so viele Massen an Gegnern, da ist es doch nicht schlecht, dass die Gegner ein weniger Damage an euch machen. Daher, Hurricane richtig cool. So, das war es dann auch schon. Ah ne, hier geht es ja noch weiter. Hier habe ich einen Punkt reingemacht. Unter anderem eure Sturmfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10% Gegnern eine Sekunde lang verwundbar zu machen. Dann hier ein Punkt, dann mit reingemacht. Alle 18 Sekunden trifft ein Blitzschlag einen Gegner in der Nähe und verursacht nochmal extra Schaden. Das finde ich schon ganz cool. Ihr lauft einfach überall nur rum und er schlägt überall immer einmal einen Blitz ein. Also ich finde diesen Bild richtig nice, weil ich persönlich stehe auf visuelle Effekte. Ja, und nicht nur Effekte. Er muss auch was drauf haben, der Bild. Und ich finde bis jetzt ist er schon richtig nice. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch ordentlich reinhauen wird. Dann hier ein Punkt reingemacht, Elektroschock. Wenn ihr Gegnern Blitzschaden zufügt, besteht eine Chance von 5% sie 3 Sekunden lang bewegungsfähig zu machen. Klar, 5% ist halt wenig, aber immerhin etwas. Und hier auf jeden Fall 3 Punkte reingemacht. Denn wenn ihr einen verwundbaren, bewegungsfähigen oder betäubten Gegner Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 30%, dass ihm auch einen Blitzschlag trifft. Und da bekommt ihr dann nochmal zusätzlich Schaden raus. Was auch schon ganz nice ist. Dann gehen wir jetzt hier runter. Auf jeden Fall die Ultimate Katalismus. Einen Punkt reingemacht. Dann hier auf jeden Fall die Dauer von Katalismus. Wird um 2 Sekunden erhöht. Und jetzt wird der eine oder andere schimpfen. Oh Spike, warum hast du da nichts reingemacht? Klar, könnte man reinmachen, aber den Punkt habe ich lieber woanders reingemacht. Wenn ich jetzt hier was reinmachen würde, wären die Gegner halt nur verwundet. Diese 3 Aspekte, bzw. diese 3 Passive, finde ich schon richtig, richtig cool. Fangen wir erstmal mit dem Trotz an. Der Trotz, Naturmagiefähigkeiten fügen Elite-Gegnern 12% hier mehr Schaden zu. Naturfähigkeiten haben wir ja ohne Ende. Einmal unsere Basisfähigkeit ist Naturmagie. Dann unser Tornado ist Naturmagie. Das natürlich nicht. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe schon einen Aspekt gefunden, was halt dafür sorgt, dass die Werbeerfähigkeit als Naturmagie zählt. Und das ist schon richtig krass, aber dazu in einem anderen Video mehr. Hier haben wir dann auch nochmal Naturmagie. Macht allerdings keinen Schaden. Ist halt eine Barriere. Aber auch ganz cool. Hier ebenfalls Naturmagie. Die ganzen einzelnen Blitze Naturmagie. Daher ist das schon nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Hier auch 3 Punkte drin. Denn Naturmagiefähigkeiten, die Geisteskraft verbrauchen, heilen euch um 3% eures maximalen Lebens. Und das finde ich schon ganz nice. Ihr könnt die ganze Zeit nonstop eure Fähigkeiten casten. Und dementsprechend heilt ihr euch dann auch nochmal extra hoch, was nicht verkehrt ist. Dann hier 3 Punkte reingemacht. Naturmagiefähigkeiten verursachen 6% mehr Schaden. Dieser Bonus verdreifacht sich, wenn nach einer Sturmfertigkeit eine Erdfähigkeit gewirkt wird. Oder auch umgekehrt. Das heißt, wir machen bollendes Wollwerk. Beziehungsweise irrendes Wollwerk. Entschuldigung für den Versprecher. Und danach casten wir dann zum Beispiel unsere Tornado oder dementsprechend auch unsere Ulti und hauen dann dementsprechend nochmal richtig zusätzlich Damage mit raus. Hier habe ich 2 Punkte reingemacht. Eure Erdfähigkeiten fügen verwundbaren Gegnern 8% mehr Schaden zu. Okay, Bollwerk macht keinen Schaden, ist halt nur eine Barriere. Aber eure Sturmfertigkeiten fügen betäumten, bewegungsentfähigen oder zurückgestoßenen Gegnern hier nochmal 8% mehr Schaden zu. Und was schon echt nice ist. Dann gehen wir jetzt hier runter. Dann habe ich jeweils die Punkte reingemacht. Und zwar, wenn eine Verwandlungsfertigkeit euch eine andere Gestalt verleiht, verursacht sie 15% mehr Schaden. Pulverisieren ist eine Werbefähigkeit. Wir verwandeln uns und dementsprechend machen wir dann damit 15% nochmal extra mehr Schaden, was schon ganz nice ist. Hier habe ich dann 2 Punkte reingemacht. Natürliche Stärke. Gestalt wandeln verleiht euch Stehlung in Höhe von 3% eures Basislebens. Und dann gehen wir hier runter. Hier habe ich dann diesen Punkt reingemacht. Perfekter Sturm. Von euch gewirkte Sturmfertigkeiten verleihen ein Geisteskraft und fügen einen verwundbaren, bewegungsentfähigen oder verlangsamten Gegner 15% nochmal mehr Schaden zu. Und dementsprechend hauen wir hier ordentlich was mit diesem Bild raus. So weit, so gut, sind wir jetzt auch somit fertig. Aber wie spielt man den? Ist eigentlich total easy, ja? Wenn ihr jetzt einen Kampf startet und irgendwo reingeht, dann macht ihr auf jeden Fall erstmal direkt den Hurricane rein. Dann seid ihr dementsprechend schon mal geschützt. Und spammt dann die ganze Zeit die Tornados. Ihr könnt die nacheinander die ganze Zeit durchspammen, ja? Wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr nochmal einen extra dazu. Und sobald alle Tornados weg sind, macht ihr dann einmal Pulverisieren, einmal richtig drauf oder auch zweimal. Und spammt dann dementsprechend den Tornado immer wieder hin und her. Und nicht vergessen, euer Bollwerk dann dementsprechend auch zu aktivieren. Und sobald dann eure Ulti dann fertig ist, selbstverständlich dann auch eure Ulti dann hinterher nutzen und durchspammen, was das Zeug hält, ja? Das war's jetzt erstmal. Wir gehen einmal kurz zum Paragon für diejenigen, die das einmal ganz gut sehen wollen. Und zwar ist das jetzt hier unter anderem so. Hier habe ich jetzt einen freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Tafel heißt, ja? Ich glaube, das war Tafel 7 oder Tafel 8. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall solltet ihr darauf achten, dass diese Tafel diesen legendären Knoten drin hat. Und ich finde das richtig, richtig nice und übelst stark. Denn ist halt ein Glückstreffer. Leider, Naturmagiefähigkeiten verfügen über eine Chance von 15%, den Gegner mit Ranken zu umschlingen, die ihn zwei Sekunden lang bewegungsunfähig machen, vergiften und ihn im Verlauf von vier Sekunden 120% Basisschaden nochmal extra zufügen. Daher finde ich dieses Board vom Paragon richtig, richtig heftig stark. Hier können wir dann dementsprechend nochmal unsere magischen Knoten machen für mehr Fähigkeiten, Schaden etc. pp. Das finde ich auch schon ganz nice. Verwüstung. Da fehlt mir allerdings noch ein klein wenig Intelligenz. Aber hier bin ich selbst noch viel am Gucken und am Machen. Daher, es kommt auf jeden Fall noch ein Update von diesem Bild. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Deswegen ist das auch ein 1.0. Thema einmal kurz zu den ganzen Ausrüstungssachen. Bin ich ganz ehrlich, anfangs gar nicht drauf geachtet. Ich habe das genommen, was ging. Und dementsprechend habe ich auch nur meine Waffe hochgepimpt. Das war es aber auch. Ihr solltet wirklich darauf achten, dass ihr folgende Aspekte habt. Zum Beispiel alles, was mit dem Tornado zu tun hat, mit reinnehmen. Was eure Basisfähigkeit angeht, reinnehmen. Ich habe hier etwas unter anderem. Und zwar, wo haben wir das? Genau, Basisfertigkeiten erhalten 16% Angriffsgeschwindigkeit. Der Druide ist leider Gottes extrem langsam. Und ich finde, ich persönlich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr solltet hier auf jeden Fall irgendwas mit Angriffsgeschwindigkeit mit drauf haben. Hier habe ich dann ebenfalls noch etwas. Und zwar, wenn ihr Gegner mit einer Basisfähigkeit angreift, erhöht sich der Schaden eurer nächsten gewirkten Kernfähigkeit um 6% bis maximal 30%. Finde ich ganz cool. Aber ich habe hier schon so einige Aspekte beiseite gelegt, um diesen Bild einfach zu perfektionieren. Und er haut jetzt schon enorm rein. Ja, daher achtet immer drauf, was so geht. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz zu den Geistersägen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Wir fangen einmal ganz oben an. Und zwar habe ich diesen Punkt reingemacht. Argwohn, hier erleiden wir dann 10% weniger Schaden durch Elite-Gegner. Dann bin ich hier hochgegangen bei dem Adler. Erhaltet 30% kritischen Trefferschaden. Dann sind wir hier drauf gegangen bei der Aufladung. Wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance von bis zu 15% 10 Geisterkraft wiederherzustellen. Auch schon ganz nice. Und hier, klar, man hätte hier eventuell auch zwei reinmachen können für 10% nochmal extra Angriffsgeschwindigkeit. Aber ich habe mich für die Schlange entschieden. Denn bei der Schlange habe ich zwei Sachen drin. Und zwar einmal Überladung. Wenn ihr Blitzschaden verursacht, besteht eine Chance von bis zu 20%, dass das Ziel eine statische Entladung abgibt, die Gegner in der Nähe nochmal extra Schaden zu fügt. Und beim letzten, Naturmagiefähigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 10%. Die Abklingzeit eurer ultimativen Fertigkeit um zwei Sekunden zu reduzieren. Das habe ich dann jeweils drin, ja? Also, wie gesagt, solltet ihr Interesse an weiteren Videos haben, dann bleibt doch direkt mit einem kostenlosen Follow da. Das wäre sehr, sehr nice von euch. Und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. FreigastTV ist raus. Ciao, ciao.